Es war echt eine tolle Zeit hier in Konstanz. Sie ging zwar schnell vorbei, es kommt mir aber vor, als wäre es gestern gewesen. Wir hatten schon einige lange Tage beim Lernen. Vor allem die Kombination aus Recht und Wirtschaft war eine Herausforderung, der wir uns gestellt haben. Zum Glück ist man im Studium nicht allein. Wir konnten uns gegenseitig immer gut unterstützen. Zusammen geht eben vieles leichter. Wir wussten von Anfang an, dass es anspruchsvoll sein wird. Das Motto des Studiengangs, fordern und fördern wird gelebt. Zusammen mit den Professoren haben wir viel gelernt und einiges erreicht. Es war nicht immer leicht, aber es hat sich gelohnt. Aus den Saalen ist was geworden. Und, was machst du eigentlich jetzt so? Also ich bin tatsächlich Unternehmensjurist im Vertragsmanagement. Und ich meine, wir kennen es alle. Manche Kunden, die sind nicht wirklich einfach. Aber wir haben es eigentlich immer hingekriegt, gute Verträge abzuschließen. Ich arbeite mittlerweile als Compliance-Managerin in einem relativ großen Konzern in München und bin da dann vor allem für die Korruptionsbekämpfung zuständig. Wissen Sie noch in den ersten Semestern, wie schwer ich mir mit den ganzen BWL-Themen getan habe? Und jetzt bin ich Wirtschaftsprüfer und Steuerberater hier in Konstanz und berate Unternehmen zu allen relevanten Themen. Und Hannah, was machst du so? Ich habe meinen Master abgeschlossen und arbeite im M&A-Bereich und unterstütze beim Kauf und Verkauf von Unternehmen Welfall. Und da merkt man, dass die Englischen Kenntnisse aus dem Studium wichtig sind. Ich bin froh, Wirtschaftsrecht in Konstanz studiert zu haben. Ich würde es genau so wieder machen. Ich bin froh, Wirtschaftsrecht in Konstanz studiert zu haben.